Hallo, heute stelle ich euch die Cydia Tweak Zeppelin vor. Und was die alles kann, das seht ihr jetzt. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von konsolenpoint.de, Ihr Konsolenshop im Internet. Zuerst einmal ladet ihr euch den Tweak aus dem Cydia Store runter. Dann geht ihr in die Einstellung und findet diesen Punkt. Dann drückt ihr da drauf, müsst Enabled ein haben und dann könnt ihr hier die verschiedenen Symbole anzeigen. Was das bringt, das seht ihr jetzt hier links oben, wo normalerweise iPod steht. Das ändere ich jetzt mal, ich hoffe man sieht das. So, wenn ihr jetzt mal scharf stellt. Da ist jetzt das Android-Symbol. Das kann ich hier immer ändern, zum Beispiel in Batman, Beats by Dr. Dre und hier noch viele weitere. Man kann sich auch selber einen zusammenstellen, aber da weiß ich noch nicht, wie das geht. Ja, ist sehr lustig. Man braucht das Gerät nicht respringen, wenn man das ändert. Und ich kann die Tweak nur empfehlen. Sie ist kostenlos im Cydia Store erhältlich. Ladet sie euch runter und ja, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Abonniert mich und bis dann. Euer App-Gedrehte. Abonniert mich und bis dann.